So, jetzt hol ich mir erstmal das Leben. Und ich krieg es nicht! Ah, super. Jetzt zeig ich, wie das richtig... Ich will dich eigentlich gerne wieder rankommen lassen, weil ich ein faires Race haben will. Nee, ich komm... das... Das mach ich vielleicht erst später oder so. Nachher mach ich auch noch so'n Fehler und dann hab ich die Arschkarte im Endeffekt. Nee, ich glaub nicht. Nee, das... Ich glaub, du gehst nicht Game Over. Game Over nicht unbedingt, aber es gibt andere Fehler. Die man machen kann und die auch ziemlich großen... Ja, ich will das Race wieder verlieren, das sag ich dir. Das geb ich dir schriftlich. Cool. Obwohl ich mich so gut vorbereitet hab. Ich hab mich auch sonst nicht so gut vorbereitet wie auf dieses Race. Nicht mal auf die Schule, die bald wieder losgeht. Okay. Der bereitet sich auf Schule vor. Bist du ab nochmal? Nee, sicher nicht. Ja, eben. Okay, jede Zeit jetzt? Okay, danke. Komm, stirb. Ja. Braves Viech. So, jetzt werd ich wahrscheinlich gleich meinen ersten E-Tank mal ausnahmsweise in einer Stage benutzen. Das mach ich ja sonst nie. Oh Gott, ich hab auch schon einen benutzt. Au. Shit. In einer Stage? Ja, wo... Ach so, in einer Stage? Ähm... Nein. Aber normalerweise mach ich das meistens. Aber ich hab diesmal gut geschafft, weil eine Gegner Energie fallen gelassen hat. Oh, cool. An der Stelle. Das weiß jetzt jeder an welcher Stelle ich meine. Das ist so geil. Ah, schön. Jetzt würd ich jeder sagen, ach ja, das war bei Snake mein in der Stage. Nee. Aha, aha. So, E-Tank. Ich werd ihn wohl wahrscheinlich benutzen müssen. Oh, oh, oh. Ich werd ihn wirklich benutzen. Nein! Nein! Ich hab einen folgenschweren Fehler gemacht. Nochmal. Ja, ich hab die Start-Taste gedrückt. Das heißt? Während ich an einer Stelle war, wo man runterfallen kann und ich war in einem Rush-Marine. Oh, nein. Wir haben eine neue Stage. Oh. Ich glaub, das ist nicht dein Level, ne? Das ist nicht mein Level, nein. Aber der Rest wird wieder. Okay. Du holst mich schon wieder ein. Keine Sorgen. Der kleine Axi, du kannst das. Ah, wir wollen mal ein bisschen optimistisch sein. Na klar. Du schaffst das. Ich streng mich auch nicht an. Damit es noch erbärmlicher für dich ist. Ich streng mich überhaupt nicht an. Oh, ich geh noch mal kurz auf Toilette. Ja, ich merk schon, wie schön einfach du's mir machen willst. Ja klar. Ja, ich muss es schon machen, ne? Musste ja, ja. Sonst wird's kein ausgeglichenes Rains. Eben. Ich mein, du hast jetzt schon nur zweimal so einen Kack-Fehler gemacht. Zwei Game Overs. Ich hab schon tausende Kack-Fehler gemacht. Man merkt's nur nicht mehr. Ach so. Ja, das ist schlimm bei mir. Das ist aber auch komischerweise bei mir so Standard. So scheiß Fehler, oder was? Also wenn Snakemans Waffe jetzt wieder nicht funktioniert, dann hau ich den Boss zu Brei. Da, schon wieder! Irgendwas muss mit meiner Schusstaste nicht in Ordnung sein. Also meine hakt ein, das reicht schon. Deine hakt ein. Ja, meine Schusstaste hakt gerne ein, aber das ist eigentlich kein Problem. Du hast den Rapid Shot aktiviert. Nein. Äh, nein. Habe ich... Nein, habe ich nicht. Nein, wie kommst du da rauf? Haha. Nein. Äh, welche Waffe muss ich? Okay. Nein. Komm. Bist du schon durch die Robot Master durch? Ach, ich bin gestorben. Soll ich dir echt spoilern? Ich bin schon bei Wily. Ja klar. Haha. So, ich bin fertig. Nein. Ja, okay. Ich glaube, ich werde bis zum Ende des Let's Plays jetzt im Dunkeln tappen müssen. Wie was? Dann kann ich wenigstens auch mal das Licht ausmachen, dann sieht es genauso aus bei mir. Hey, was meinst du denn? Wo bist du? Ich bin grad in der letzten Robot Master Stage. Ach so, okay. Also sprich, Needleman, wenn du meine Reihenfolge noch kennst. Mhm, mhm, ja. Kenn ich wohl. Ja, kennst du. Kenn ich wohl. Ich kenn deine nicht mehr. Ha, Needleman habe ich auch schon gemacht. Ich bin gut. Oh ja, das ist ja klar. Ich bin schneller als du. Ich hab Needleman noch als viertes, also. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. 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 Ja, da freust du dich. Hehehehe. Auf jeden Schätzelein. Hehehe. Hehehe. Oh, weißt du Bescheid. Hehehe. Boah, okay. Schwuggele. Hehehe. Hehehe. Nein, ich doch nicht. Ach Gottchen. Wer hat mir das behauptet? Okay, bei welchem Niveau sind... Nein! Okay. Bei welchem Niveau sind wir jetzt? Spuuul. Ich könnt... Ich hab noch ein paar andere Sachen auf Lager. Ich hab grad kein Wort verstanden. Bei mir ist grad ein Krankenwagen vorbeigefahren mit Sirene. Bam! Voller, voller... Oh mein Gott. Die sind auf dem Weg zu mir! Nein! Sag ich nicht, wo ich wohne! Wo wohnst du? Ey, fall nicht runter, danke. Woanders. Oh, das ist gut. Da wohne ich auch. Ich wohne auch woanders. Da haben wir was gemeinsam, gell? Ja. Zuhause wohne ich. Oh, ich wohne daheim. Ich wohne auch zuhause. Nee, daheim. Okay. Ah, so. Ah, ich bin schon wieder am Boss. Oh! Oh, was? Oh! Du bist beim Boss! Herzlichen Glückwunsch! Ja! Das hat sich so angehört wie ein... Oh, der ist schon am Boss! Hups! Oh! Okay! Ich bin auch beim... Nee, ich bin grad nicht, aber... Aber bestimmt bei irgendwas anderem, was auch... Ich bin bei Megaman 3, ja. Ah, das bist du! Ja! Ey, ey, wisst du wo ich grad bin? Wo? Megaman 3! Boah! Boah, da müssen wir uns ja schon lange kennen. Äh, können wir dann... Können wir dann wieder Pause machen? Also, Speicherpause? Willste? Ja, sag an. Sag schnell an, bitte. Ja, kurz mal. Äh... Hm. Kannst ruhig noch ein Stück. Ich sag dann. Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Safe State! Okay. Okay. So, und wann laden wir Safe State? Äh... Nein, du kannst jetzt. Okay, geht's los? Weiter? Jo, geht los. Juhu! Oh, oh, nein! Was, nein? Hättest du nicht machen sollen? Lad noch mal! Darf ich? Na, okay. Dann haben wir... Das war jetzt echt ein... sehr harter Fehler. Das heißt, ich kann eine halbe Stage-Doppel machen. Oh! Schick! Endlich! Und das war unfair! Ich konnte nämlich keinen Energietank benutzen. Ah! Das war unfair! Ich konnte keinen Start drücken. Oh! Oh! Ähm... Ähm... Sorry! Meine Schuld? Meine Schuld? Ja, doch eigentlich schon, ja. Wenn du schon so sagst. Wenn du es mir so anbietest. Nein, du fällst doch! Oh Gott, Megaman! Mann! Dass der Safe-Stage verkackt war... Ah, ich doof, Mann! Ich doof, Mann! Ey, ich bin Game Over! Ich schaff! Cool! Yay! Endlich! Ich mein... Sorry! Es tut mir sehr leid für dich! Ehrlich gesagt fand ich jetzt sogar besser, dass ich Game Over war, als dass ich noch mal mein Leben verloren hab. WTF! Weil jetzt hab ich volle Waffenenergie, ich musste eh die Stage von vorne anfangen. Und jetzt kann ich meine schönen... Ja, meine schönen Waffen wieder machen. Ne? Oh! Das ist ja sehr schön. Joa. So, wen hab ich jetzt als ersten... Äh... Als... Gegner halt. Metal Man! Verdammt! Okay, da hab ich gut geraten, wo du angefangen hast. Ja! Spoiler, Spoiler, da ich nämlich die... Wieso glaubst du gerade das Sparkman Stage als erstes nehmen? Oh Gott! Ich hätte auch das Schwerste als erstes nehmen können und das wäre die... Wo man fliegen muss. Äh... Ich... Ich verkaggel grad hier. Ja. Also... Du hast gesagt, Gemini Man Stage ist... Ähm... Scheiße für dich? Das geht eigentlich noch. Du hast da letztes Mal zweimal verkackt, hab ich gehört. Es gab ganz schlimmer, fand ich. Du hast letztes Mal zweimal verkackt da. Ich glaub, sie bringt Unglück diesmal, oder? Achso, ja, stimmt. Ja. Und ich glaub, sie bringt mir auch ganz schön Unglück. Ich bin jetzt... ...dreimal gestorben. Ich bin viermal gestorben, what the fuck. Ich geh die Sache mal ruhig an. Ich geh die Sache mal ruhig an. Alter! Ich geh nicht! Vielleicht hast du mich... Ohne Scheiß, gleich hast du mich wieder eingeholt. Echt? Geil. Wieso? Bis auch bei deiner ersten... Dings Stage. Gleich hast du mich noch nicht eingeholt. Du hast mich noch nicht eingeholt, aber du hast nicht. Vielleicht. Ne, ich krieg das nicht. Der Abstand ist nicht mehr so zu groß für dich behaupten. Na, kommt auf die Stage an. Guck mal. Ich weiß, welche du gemacht hast. Das heißt, ich kann dir... Das heißt, ich sag dir nicht, welche ich gemacht hab. Du weißt, welche ich hab. Du hast richtig geraten, also. Ich weiß. Ja. Weil ich mit der gleichen anfange. Okay. Und du kannst dir ja denken, in welcher Stage ich jetzt bin. Ich mein, ich hab's vorhin ein paar Mal gesagt. Oh Gott, okay. Ah, jetzt ist Tag-Time! Yay! E-Tank! Es wird mir nichts bringen, weil... Ich hab meine Waffe falsch geschossen. Nein, doch nicht! Doch! Schade. Shit. Shit. Yes! Nein! Scheiße! Ich bin nicht mal hier durch. Nein, nein, nein. Jetzt triff doch mal! Oh, ich glaub's nicht! Gestorben? Ja! Ja! Das ist mir nie passiert! Noch nie! Im Leben nicht! Oh Gott! Ja, das ist gut! Jetzt aber im Let's Day! Scheiße! Du mieser, du! Also, Scheiße ist ne Ansichtssache. Ich mein, ich find's gut! Scheiße ist ne Ansichtssache? Scheiße ist ne braune Masse, Mann! Ja, okay. Da könntest du einen gewissen Anteil Recht dran haben. Buster! Was?! 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 Ich seh grad, ich hab, äh, null Leben. Hm, 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 hm. Oh, du hast auch ein... Ah, wir verkacken beide? Ja! Schau's dir an, wenn... Und, ich hab wenigstens noch ein paar Energie-Tank. Das geht doch gar nicht! Den zu besiegen. So. Haha, okay. Ah, ich will verkacken! Ich will sterben! Ich will endlich... Endlich! Ich muss die ganze Stage nochmal machen. Von daher... Bist du vielleicht wieder vorne. Okay, ja, wahrscheinlich schon. Ist das bescheuert, ey! Das ist echt noch nie passiert! Nie! Bei der Vorbereitung nicht! Ich glaub, das liegt wirklich am Sprechen, am Let's Playen, am... Wahrscheinlich! Hör einfach auf zu reden! Hör einfach auf zu reden! Mach Walkthroughs oder sowas! Das denken sich die Leute, die meine Videos gucken schon seit Monaten! Wahrscheinlich! Ach, wann gehört der denn auf zu reden? Ach, Gott! Sie hoffen doch drauf! Deswegen gucken sie nur meine Videos! Ja, eh... Ja, genau! Oh! Er, er... Ach, ne! Er hat doch wieder was gesagt! Hahaha! Genau! Oh! Oh, ich schwitze! Das interessiert keinen, aber ich schwitze! Doch, das interessiert mich! Ja! Wahnsinnig! Du bist so drauf! Ja! Haha! Ach, Leiter, geh weg! Leiter, geh weg? Ja! Wie soll denn Leiter weggehen? Äh... Keine Ahnung! Leiter hat Beine, oder? Stimmt! So! 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 Und die�? Ja! Ach, du bist durch die Stage! Ich wette ja! Ach, komm, jetzt nehm' Energy grappling, weil ich jetzt fällen würde... da … Eine ganze Stage nochmal machen, okay! Und ich habe glaube, ich so viel Eigenhens… Ne, nein, Man kann nie zu viel Energiefachen! Stimmt! Man kann nie außer wenn man neuen hat und man noch einen kriegt… Tenage zu weitlen. Das ist jetzt nicht gibt! when ca… Stirb mein Freund stirb! Was? Haha. Moment mal Wenn man diesen dummen Fehler macht Den ich gerade gemacht habe Dann darf man eine halbe Stage Nochmal machen Weißt du welchen ich meine? Kurz nach Metalman Der Fehler Den eigentlich keine Sau machen kann Wenn er zu doof ist Und was? In die Stacheln da fallen Ja und? Dann bist du doch eigentlich wieder genau davor, oder? Nein Was? Warum das nicht? Eigentlich fängt man doch da Glitch oder was? Ich weiß es nicht Ich bin da in die Stacheln rein und dann war ich Also wir haben gesagt Glitches zählen nicht Das heißt du bist desqualifiziert deswegen Oho Weil ich sterbe Ja klar Ja Weil ich eine ganze halbe Okay ich lasse es mal so durchgehen Oho Wie nett Ja ich weiß Darf ich sogar noch den Buster benutzen Der so weit kommt schnell Du slide ist gefälligst alle Gegner tot Oder springst drauf Ist klar Oh jetzt darf ich sogar noch den Buster benutzen Wegen diesem Kack Oder die Niedelwaffe vielleicht Die bringt glaube ich Niedels Niedels Nudels Hallo stirb endlich Heilack Niedels Mit einem Streifen überlebt Ich könnte auch einen E-Tank benutzen Aber nein Ich bin ja zu faul da So Jetzt stirb Wenn ich jetzt ein Stück der Energie weg Wenn ich jetzt einen einzigen Treffer einsacke Dann nehme ich E-Tank meine Fresse Ja mache ich auch So Jetzt kommt diese lustige Stelle Ohne Scheiß Nehme ich vor einen Energietank Oh das ist jetzt Ich nehme einen Ja ich habe einen genommen Und hoffe dass ich nachher noch genug habe Jetzt hast du E-Tank Benutzer der Welt Yay Mega Man Mega Man So wer kann höher Mega Man Mega Man Mega Man Okay jetzt haben alle ausgeschaltet Ja wenn jetzt alle ausgeschaltet haben Können wir jetzt über privaten Kram reden Ja genau Ja 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 Wie kommen wir jetzt auf Indiana Jones oder was war das denn Ich habe ja nur Rien Was ist denn das für ein Laufen hast Nein Oh solltest du mal gehen Die haben da eine ganz tolle Salbe Gibt's da Kekse? Das ist jetzt nicht wieder wahr Wieso macht der so viel Schaden wenn der in mich reinspringt Das macht der so ein bisschen Quickman? Ja du hast das Spiel gehackt